Musik Kuckuck Jetzt bin ich wieder weg Vergib dich zum Casino Gott sei Dank bin ich innen drin Wir haben eine Tür verloren Also dieses Auto macht auch nur zu zweit Spaß Ja alleine ist das langweilig Ja der eine fährt der andere ballert Unser Tritt wäre noch besser Der CEO macht gar nichts Du sitzt dem Auto und denkst so Ja lass den mal machen Ja so meine Mitarbeiter sind da ausgebildet Das Personal Ausgebildet, geschmult Du hast die Abzweigung verpasst Ich zeig da Ich bin jetzt Soldat Haaa Zur Freude Hehehehe Ich准ne den Tren Vielen Stern Tren 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 Wünder Tren 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 Was? Triesen Okay wo denn? Triesen also im Raum Okay ich bin rausgefallen was schnell weg schnell weg schnell weg leben sie kommen sie war aber jetzt rettung in letzter sekunde warte ich ich schieße rettungsfeuer ab so vielleicht kommt ja was müssen zum casino sollten wir nicht erst ein auto ordern ich zeige ihn wieder machen sie sagen einfach guten her ist tot ist tot so wo soll es hingehen ist gar nicht unauffällig wir dürfen dass wir wir haben diplomaten die passen also ich prüfe mal ganz kurz ob das auto nein das kann man doch benutzen so wo sollen wir hin wir sollen wieder ins casino boss mal wieder ins casino mal wieder eine runde so häufig war ich noch nie im casino ich habe noch kein wifi am aufzug war ich schon da ist nix richtung inside tracks wird stärker so zu den pferderennen ungefähr da so da spüre ich etwas wir müssen zu den dingern sag schon zu den slot machines da die zum roulette da die richtung würde ich sagen würde ich sagen spüre nämlich spüre sie genau stärke hier wird schwächer ich bin gleich da ich habe fast voll das stand wo ist denn ich bin ganz nah dran buss ja ich gehe gerade davon weg Ich bin mal ganz kurz in den Sicherheitskameras. Mehr geht nicht, nächste, ich guck grad mal, hier ist nix zu sehen, hier auch nicht, bin mal weiter, hier ist auch nix zu sehen. Ich bin weiter in der Kamera, noch immer Spur negativ, hier siehts ganz gut aus, bald hab ich's. Ah, du stehst hier neben dir. Ja. Hier ist er. Ich glaube hier, die nächste vielleicht. Ne, die muss ich. Haben wir denn da? Ich guck mal. Ah, dann wollen wir da mal ein bisschen durchskippen. Okay. Das Problem ist, ich seh hier nix. Hab ich. Okay. Hab gefunden. Geld. Geld. Verlassen das Casino. Ja, dann kommen sie mit. Ich zeig ihnen den Weg. Und steigen sie ein. Holy moly. Äh, ich liebe es. Ich liebe Sachen, die juckt sehr. Wie? Was ist das denn? So. So. Mission abgeschlossen, ne? Also wieder nach Hause. Wenn sie so gütig wären, können sie bitte das Navi einstellen. Ich verfahre mich sonst wieder. Ah, wieder in die Halle. Ja, okay. Ja, wo denn sonst hin? Ist immer unser Heimat. Wir müssen ja hier progress. Ja, dann, äh. So. Irgendwie sind hier total viele Bullereien. Ach, ja. Bremst die... Voll fast nah. Schieß mal lieber nach vorne. Da ist was. Vorne. Jetzt. Die haben mir den Reifen weggeknallt. Wollen die mich verarschen. Wenn denn. Hast du gesehen, wie der rausgeflogen ist? Ja, ja. So. Sind das auch schon Geisterfahrer? Anscheinend. Wir haben Helikopter. Chef, wir haben Helikoptermarsch. Ah, mein Gott. Aber ich hab nicht mehr alle Reifen. Im Schnee. Im Schnee. Was mich wundert. Seit wann werden Autobahnen eigentlich nicht geräumt im Winter? Ja. Weil normalerweise müssten die doch alle geräumt sein hier. Da ist das nur in Deutschland so, dass man Straßen räumt. Oh Gott. Ich weiß das gar nicht. Also ich weiß, dass in Österreich auch Straßen geräumt werden. Ich geh mal auch davon aus, dass in der Schweiz geräumt wird. Ich bin die Bullen los. Oh Gott. Ich sag ja, der Schnee muss weg. Ja. Lass uns eine Organisation gründen. Der Schnee muss weg. Der Schnee muss weg. Wir brauchen auch unsere eigene Greta Gröter. Greta Thunberg. Genau. Die Thunberg. Wir sind, äh, wir produzieren, dass der Schnee weg muss. Ich hab die Abzweigung verpasst. Und den Pfosten. Aber die Laterne nicht. Die Laterne. Hm. Alter. Jawoll. Los. Gehen sie rein. Gehen sie's in Casino. Los. Schneller. Kann nicht lange halten. Sind sie drin? Ja. Gut. Rein, rein, rein. Ja, ich bin dabei. Na, ich freu mich selber. So. Ja, ohne, das würde ich mal angestellt. Natürlich. Weißt du, warum ich so picht drauf war, dass sie reingehen muss? Weil das krieg ich von meinem Gehalt sonst abgezogen, wenn du stirbst. Oh. Ja. Krieg ich 500 Euro Malus. Bist du drin? Ja. Na, dann kommen sie. Gehen wir wieder in den Keller, ne? Ich liebe ihre neue Casino, ihre neue Spielhalle. Ich glaube, hier geht's lang, oder? Ich habe noch keinen Überblick. Ich verlaufe nicht. Ja, ne. Ich glaub hier. Ich halte in die Tür. Halte mir die Tür auf. Nein, hau mir die Tür in die Tür. Kommen sie. Ich muss mal gucken, wie sieht ihr mein... Oh, mein WC ist aber... Ja. 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 Ich will mal gucken. Warte, ich komm mal mit aufs Klo. Entschuldige. Sindste fertig? Es tut mir leid, Boss. So? Ja, ich komm mal kurz gucken aufs Klo, ne? Sicherheitsmaßnahme. Warte, mach mal die Tür zu. Gittert? Ne, die Tür ist offen. Tür ist offen halt. Reine Sicherheitsmaßnahme, ne? Ich geh mal gucken, warte. Was haben sie denn heute auf Klo fabriziert? Hier müssen sie lang. Hier gehen wir aus. Ist ne Bombay, der will das scheiße. Das ist nicht kinderfreundlich. Also wenn das kinderfreundlich ist, dann esse ich einen Besen. Mit Ketchup und Mayonnaise. Ja. Take a look. Ja, Lester. Take a look. Ja, Lester. Oh, mein Sohn. Herr Nonvalds, ihre Videos mit GTA wurden gesperrt aus Jugend... aus jugend... äh... jugendbedrohlichen maß... jugendbedrohenden maßnahmen. Ja. zu viele Schimpfwörter in einem Video ver... Oh, Lester. Jo, wir haben sogar einen Plan von dem Casino. Geil. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Oh, Mann. Äh... Du kannst auswählen, welcher der Heranwesen... Ah... Bäh. Bäh. Herangehen. Welche Herangehensweise du gerne hättest. Entweder willst du... still und leise... still und leise... riesen Schwindel... oder aggressiv... bei still und leise ist... ein leiser, besonders geschickter Raubüberfall... riesen Schwindel ist... ein Raubüberfall voller List und Verkleidungen... und bei aggressiv... ein gnadenloser Raubüberfall voller Waffengewalt. Ähm... Worauf hast du denn mehr Bock? Aber ich würd sagen... eins würd ich direkt ausschließen... weil... still und leise ist ja langweilig. Oder? Ja... Ich könnte mir vorstellen... dass Riesenschwindel schön ist... so bei Vorbereitungsmissionen... weil man da irgendwie coole Kostüme kriegt... auch für später. Okay. Oder? Man nimmt aggressiv... wofür richtig ballern können. Ja. Ich hab jetzt schon Mittel genommen. Okay. Riesenschwindel. Da schwindeln wir immer. Ja. Lass uns mal schwindeln. Obwohl ich mir trotzdem gut vorstellen kann... dass bei Riesenschwindel auch... Rattapum Rattapeng ist. Ja. Haben sie ausgewählt? Sind sie in einer Cutscene? Ich kann gar nicht auswählen... weil der labert. Achso. Ja wunderbar. Also es gibt ähm... den Schützen, den Fahrer und den Hacker. Schützen, Fahrer, Hacker... Und der erklärt jetzt gerade die einzelnen Arbeitsbereiche. Mhm. Schützen, Fahrer, Hacker. So, das Ausrüstungs... Die Ausrüstungs... Hier kannst du deine Unterstützungscrew mit... äh, anheuern. Okay. Ähm... Kann man alle nehmen? Fünf Prozent. Neun Prozent. Du kannst auswählen, wie viel Geld die bekommen sollen. Jaaa... Wir... können ja mal... die etwas besseren nehmen, ne? Ja, aber die wollen auch mehr. Können wir uns nicht selber da einfach auswählen. Äh... Nope. Schade. Leider nicht. Also... Experte... Warte mal... Experte... Was gibt's denn so für Kategorien? Experte, gut, schlecht. Ja. Schlecht, gut, Experte... Und... Ja, genau. Schlecht, gut und Experte. Mhm. Fahrer... Meins brauchen wir einen guten Fahrer. Ja... Er ist Schütze. Schütze brauchen wir mal, glaub ich, einen guten, oder? Ja, ich hab jetzt den besten Schütze genommen, der da ist. Nee, gut, reicht. Das kostet zu viel Geld. Ja, für mich kein Problem. Ja, für mich. Du zahlst ja Anteile. Ja, du bist ja nur Angestellter, mach dir da mal... Okay, wenn sie mein Boss... Sie sind ja der Boss. Sie sind ja der Boss. So, Fahrer ist Schwachsinn. Wenn er nicht gut fährt, wird er einfach rausgeschmissen. Ne? Obwohl, dann kriegen wir so Scheißkarren, ne? Wir machen mal Experte mit neun Prozent. Ich fähr gut, immer gut. Fahrer gut reicht, nicht Experte. Das ist, glaub ich, der größte Highs, den wir bisher in GTA machen... Das kann sein. Wir müssen es gestern, oder? Ach, okay. Oh, okay. das glaube ich ich nur mal ganz kurz machen ganz kurz in keine mehr meine jase putzen bis gleich obwohl ich bin ja doch mal weiter geht es bei mir nur bei eineinhalb ein guter abend